Ach, die senden mich jetzt immer an Terroristenjagd. Ich bin mal erfolgreich. Habt ihr nochmal? Der JunkerDog. Der JunkerDog kommt wohl los, ey. Könnte ich nicht auch lesen gehen. Der JunkerDog. Der JunkerDog. Die kommen ja nicht wirklich verständlich. Der JunkerDog. Der JunkerDog. Die sind irgendwie nicht mehr rausgegangen. Der JunkerDog. Der JunkerDog. Der JunkerDog. Der JunkerDog. 5 Sekunden left. Be advised, Op 4 has visual on the hostage. Start wire ready. Traiting toxins. Setting needles. Erdesign schon. Setting barricade. Okay, understand? Ist das nicht den hier ernst, oder? Okay. Polizei? Ihr freut den Helfer. Was war das jetzt? Wir sollten vielleicht Steffa leiden spielen lassen. Ich hab halt wirklich im Waffenlager bei dieser einen Außenwand hab ich so ein Captain Obvious Impact Loch reingemacht. Die beiden Steffs sind vorne hier, das gibt's hier aber nicht. Und trotzdem schauen die nicht auf mein Impact Loch. Gegen was spielen wir? 82, 61, Hyping, Report. Ja okay, ist ein bisschen unfair das Matchmaking grad. Aber es ist mal unfair für die anderen. Ja, ausnahmsweise. Das hab ich noch nie erlebt, das ist unfair für die anderen. Das sieht man selten, ja. Lauter Loller. Niete feiner Artage. Same spot. Artage war okay. Schade, da haben wir ihn ohne gefunden. Irgendwie schaff ich's dann jetzt halt immer meine Leertest abzuklippen während dem Spielen. Kannst du das da dir ausführen? Okay, in der Waffenlager. Oh, ist ein riesen Loch in der Waffenlager. Wird jetzt meine Taktik kopiert. Cool, wie viel sinkt denn da? Die gehen jetzt alle in genau den gleichen Spot. Einfach einmal reinfüßen. Ist das echt ein Loch? Keine Ahnung. Ja, ist ein riesen Loch drinnen. Ich versuche mal eine Granate zu kochen. Äh, Eli ist Richtung 9 gelandet. Was ist mit dem Seil? Vorsicht mit dem Seil. Da steht nur niemand davor. Doch, die steht hinten. Oh, scheiße. Die Lamine zerstört. Eli hast du flogen? Oh ja, tausend. Der ist besser. Jo. Die Lamine zerstört. Ah. Hey, und der sprayt halt einfach, gell. Hab ich auch grad noch gesehen. Warum kann das nicht immer so laufen? Na? Nein. Ja. 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 Die ganze Inge würde ich sogar aufmachen, Cyrik. Was? Ja. 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 Ich will doch keinen Schild, Mann. Dann macht's mit dem Fahrzeug. macht's nicht mehr so weiter. Sarf denn das nicht mehr? Bass ihn mir jetzt nicht mehr. Nein. Ich bin kein Problem. Du bist. Wir suchen viel. Ich bin kein Schild. Ich bin kein Schild. Ich bin ein Schilder. Ich bin kein Schilder. Und wo? Zollinspektion kann das sein? Eins daneben. Bei mir? Links? Da ist einer am besten. Jeff, vorsichtig, ne Tür ne? Hey Stefan. Tür hab ich im Bleck. Tür hab ich im Bleck. So, ich kann ja noch zumachen mit dir. Vielleicht besser. Ne, bei mir war ne Granate am besten. Da ist safe einer. Ja. Das Ding ist, oder? Jack will huntet mich. Ich hab ich, lege. Intro Machen jackal habe ich ein reduziert glas den schaden der war mit einem pistolen schuss nicht gedauert obwohl ich direkt hinter ihm stand einfach mal nichts gemacht ich bin ein